Der Nissan Qashqai ist als Front-Triebler und Allrad-Modell lieferbar. Das neue Design soll seinen Erfolg weiter prologieren. Im Innenraum der höchsten Tecna-Ausstattung zielt sogar eine Rückfahrkamera zur Serie. Das gut abgestimmte Fahrwerk ist nicht nur on-road, sondern auch im leichten Gelände gut. Angetrieben wird der Japaner in unserem Fall von einem durch Zugstaaten 1,2 Liter Benziner mit 115 PS. Die Qashqai-Preise beginnen bei 20.990 Euro.